Südwesten, Süden. Wir sind drinnen. Ich höre sie. Einer stehen, Achtung. Oh, ein schönes Sein. Scheisse, Heifisch aktiviert. Ich glaube, er kommt von hier hinten. Komm zu diesem Bein, hinten. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe eine Beute. Es sind zwei Stöcke. Einer spreicht. Ich habe nur einer spreicht. Einer ist gerade durch beim Öl. Tot! Mit der Granatenkill. Der letzte genau unter dieser Öle. Hier ist ein Leiche, oder? Etwas hat mich gekeilt. Sniper. Von hoch zu 70 Metern schlägt es anders. Von der Fenster weg. Was? Gott, wieso kann ich die Beute nicht nehmen? Weil ich tot bin, musst du mich aufholen. Aha. Sollte ich aufnehmen? Nein. Gut, warte. Kannst du vielleicht... Ich weiss auch nicht. Kannst du die Fenster zu machen? Welches? Dort hat er reingesnipert. Der da? Ja, dort. Ja. Ja. Oh, wir nehmen die auf, Mari. Nein! Oh, anders geht es nicht. Nein, danke. Haben wir Säckchen? Ja, ja. Süden. Wer hat noch mehr? Im Süden ist der Sniper, ich würde in den Norden. Schau bitte. Kommen wir hier durchs Zweister? Hast du noch Beute? Ja, da sind wir noch zwei. Kommen wir hier raus? Nein, hier. Kommen wir noch raus? Ja, raus. Also ich gehe. Bin aussen. Hinter dir. In den Norden. Dann gehen wir in den Norden. Geil. Dort ist zwar dieser Boss, aber egal. Wer hat geschossen? Ich, nein. Ah, weiter an mein Sägen voraus.